herzlich willkommen zur horoskopinterpretation der sonnenfinsternis schrägstrich das neumond horoskop für mai und da geht es astrologisch ziemlich zur sache also hauen wir uns doch gleich mal in die astrologische interpretation würde ich sagen ich bin oliver erini astrologe und energetiker aus dem wunderschönen lens und es freut mich natürlich dass du dabei bist ja der neumond ist im april ende april auch gleichzeitig eine sonnenfinsternis die sehen wir nicht die spielt sich eher im atlantik antarktis südamerika ab also bei uns in der nacht aber hat nichts desto trotz eine wirkung hauptsächlich bezieht sich diese wirkung das sonnenfinsternis eigentlich so das ist so ein start eines zyklus und der geht so circa ein halbes jahr bis dann die nächsten finsternisse das wieder ablösen das heißt diese diese konstellationen dieses heurigen dieses heutigen neumond horoskops bzw des horoskops am 30 april ziehen sich dann so tendenziell das nächste halbe jahr weiter begleiten uns also über den lauf des jahres kann man so sagen und das sind durchaus spannende konstellationen und deshalb möchte ich da gleich mal beginnen die sonne steht im stier im zeichen der materie und da treffen sich jetzt auch mond und sonne in der konjunktion am 30 april zu dieser neumond konstellation und der stier steht ja für materie für den körper für das materielle für auch ein bisschen so diesen besitz das was uns sicherheit verleiht und auch ein bisschen so das gesellschaftliche und im stier begleitet uns jetzt schon einige zeit sie aus der uranus drinnen das ist der herrscher des zeichens wassermann und der will natürlich umbruchrevolution alles neu gestalten und wir sind ja in dieser umbruchsphase drinnen das heißt wir sind jetzt in dieser luftepoche in diesem wassermann zeitalter da gelandet und wir merken ja auch schon an den börsen an unserem an unserem geld wir spüren alle da ist eine transformation in gang wir spüren alles so wie es mal war geht es nicht weiter und es ändert sich da auch einiges wir haben natürlich durch die pandemie und auch durch diese durch dieses kriegsgeschehen jetzt in jüngerer vergangenheit erlebt wie schnell sich dinge ändern können und dass nichts eigentlich auf stein gebaut ist und deshalb ist dieser uranus natürlich ein zeichen der vor allem leuten die sehr materiell veranlagt sind immer so unsicherheiten bereitet weil man nicht vorplanen kann weil es einfach keine sicherheit mehr gibt und das gefällt ihm uranus aber denn der bringt auch in der positiven seite ein bisschen freiheiten mit rein ein bisschen etwas neues einen frischen wind und verstärkt wird diese transformation natürlich auch noch mit saturn im wassermann das heißt unsere regeln unsere normen unsere gesetze so wie sie sind sind jetzt auch labil und bröckeln das einzige der noch zurückhält ist ihm ist der pluto der ja nach wie vor im steinbock steht was eben diese verhärtung diese starre dieser absolutismus dieses 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 diktatorische fast kann man sagen diese machtausübung und diesen machtmissbrauch da noch ein bisschen hält aber das endet dann auch so in den nächsten jahren also es ist absehbar dass sich da noch sehr viel ändern wird ja grundsätzlich kommt jetzt zu diesem neumond und das ist ganz spannend einiges dazu also es kommt gutes für die für die vielleicht auch für die liebe gute energien um neue projekte zu starten auf der individuellen ebene es ist halt alles sehr geladen und und es kommt jetzt dann darauf an was machen wir denn draus also ich beginne jetzt erstmal mit sonne mond konjunktion schauen wir uns einfach mal an und wir haben da natürlich im stier zeichen sonne mond konjunktion und da ist der uranus mit dabei ist also in türkis und uranus stier habe ich schon gesagt und wenn uranus auf auf sonne auf sonne bzw mond trifft dann dann macht das so eine gewisse fahrigkeit da können so emotionale achterbahnen entstehen so himmelhoch ja auch sind zu tode betrübt also da ist man sehr in bewegung da würde ich auch einfach aufpassen dadurch dass auch der merkel jetzt in dieser zeitphase rückläufig wird und zwar vom zehnten fünften bis zweiten sechsten ist der merkel rückläufig also da würde ich auch aufpassen einfach ja bei verträgen geschäften so impulsiven geschichten die haben dann oft ja die schauen vielleicht am anfang gut aus und 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 da sollte man vorsichtig sein da sich zu sehr zu binden zu verstricken und durch dieses auf und ab durch dieses emotionale auf und ab ist da natürlich eine gewisse ja eine gewisse unruhe drinnen und es können auch sachen natürlich leichter eskalieren also geladene meinungen auf der einen seite auf der anderen seite ist das auch eine möglichkeit wie gesagt frische frische ideen anzugehen diese frischen ideen und diese energie bekommen wir durch ein durch ein sextil das ihm dass der mars auf sonne und mond macht das heißt diese fahrigkeit die dadurch den uranus kommt diese freiheit dieses neue wird durch den mars so im positiven ein bisschen so unterstützt was da auch noch gut ist ist natürlich alles das sind pionierarbeiten neue projekte die energie anders nutzen denk drüber nach wo soll deine energie hinfließen binde sie nicht mehr so in das alte was du gemacht hast überprüfe genau und schau wo soll die energie jetzt in zukunft hinfließen das wäre so mein tipp für diese konstellation und ich denke dass es ganz ganz wesentlich ist eben noch einmal macht ihr deine energie bewusst macht ihr bewusst wo soll sie hin wohin richtest du dich aus halte nicht an alten werten fest an normen fest die dir vorgegeben werden sondern schau bitte dass du deine energie auch mal in was neues rein steckst rein investierst ändere dich und da hast du uns super super energie jetzt auch das nächste halbe jahr und natürlich auch für das nächste monat so im mai auch drinnen was jetzt auch für was natürlich jetzt alle romantikerinnen und romantiker unter uns freuen wird ist die venus die venus die auf der einen seite natürlich so ein bisschen liebesgöttin ist aber auch natürlich so die vertreterin des archetypus stier ist und da haben wir eine konjunktion venus jupiter in den fischen und wir haben auch noch die konjunktion venus neptun und zusätzlich ein halb quadrat auf der venus zum uranus hin so was bedeutet das jetzt alles drücken wir es mal romantisch also die möglichkeit hier einer träumerischen romanze zu begegnen sind sehr hoch die allerdings dann ja sich nicht unbedingt erben muss das heißt dass das schwärmerei das ist träumerei das ist das ist da die die unendliche das unendliche glück die unendliche liebe das heißt man begegnet wem denkt sich ach das ist jetzt die seelenpartnerin der seelenpartner und und hat dann nach nach drei dates vier dates schon die großen pläne mit haus kind und alles was dazugehört zimmerkuchel kabinett und dann zerplatzt halt diese seifenblase weil das weil das halt ein so ein träumerischer so eine träumerische qualität ist es ist auch ebenso die die es ist auch so ein bisschen so dieses dieses ein bisschen sich in die träume vielleicht ein bisschen zu übertreiben also achte auf übertreibungen da muss ich mich selber bei der nase nehmen achte darauf nicht zu sehr zu übertreiben nicht alles zu sehr aufzublasen du hast zwar eine gute energie das ist ja das positive über diese mars sonne diese maschine die da anläuft aber verpulvere diese energie nicht in träumen und träumereien sondern schau was du konkret für dich auch erben kannst energetisch also das wäre für mich so der tipp aber natürlich romanze liebe träumerei ist möglich nur nicht zu sehr enttäuscht sein wenn das dann wie gesagt eine schwärmerei ist das kann man ja genießen das ist wie ein schönes konfekt aber irgendwann ja sollte man dann vielleicht auch wieder einen salat zu sich nehmen ja was noch drinnen ist ja mit mit jupiter ist ja auch so ein bisschen der wohlstand in den fischen das ist auch so das träumen vom wohlstand das ist so dass auch so ein bisschen das vermögen auch über bisschen über venus mit und da ist eben auch so diese inflation dass das ist auch eine konstellation für inflation also das kann sein dass man wir erleben es ja schon das ist nicht das kann sein sondern diese konstellation begleitet uns weiter also dieses dieser wert des geldes man muss da einfach ein bisschen klug sein ein bisschen sparsam sein und auch neue ideen haben was das angeht also das denke ich ist da auch ganz ganz wichtig in dieser periode ja dann haben wir wie gesagt sehr starke uranische einflüsse also uranus macht ein halbquadrat eben zu zu jupiter hin das ist eben noch einmal so also uranus im stier jupiter in den fischen und das ist noch einmal so ein bisschen die veränderung eigentlich so der wert ja auch der visionen der werte und das kann durchaus eben noch einmal fürs fürs geld kritisch werden wir haben uranus sextil mars drauf was eine gute energetische konstellation ist ihm neues angehen da kann auch sein dass das mehr skandale ans licht kommen auf der auf der politischen ebene aus der politischen natur der uranus uranus venus wie gesagt da haben wir auch noch einmal so die 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 neue liebe denn den neuen zugang aber auch noch mal eben wandelt dieser dieser werte drinnen so was wir auch drinnen haben ist im pluto venus sextil und das kann natürlich dann schon darauf hindeuten wo ich gesagt das ist so die der flirt oder die träumerei dass das etwas fixes auch ist also dass man auch in dieser abschnitt in diesem abschnitt wirklich jemanden findet wo man sagt in der partnerschaft ist das jemand wo wirklich etwas dauerhaftes eine fixe bindung entstehen kann da würde ich allerdings das dann prüfen also als tipp einfach mal also wenn die gefühle hochschlagen die visionen da sind die träume da sind immer schauen was ist konkret da und immer ein bisschen geerdet schritt für schritt gehen dass man sich nicht in dieser träumerei einfach verliert also das würde ich dir auf jeden fall noch empfehlen wie gesagt die möglichkeit dass das ein dass das wirklich solide ist und dass das bleibt ist vorhanden astrologisch aber prüfe es immer in der erdung prüfe es wie sich etwas verhält und wenn ihr zum beispiel jetzt zwei wochen lang zusammenklebt so romantisch und sehr und sehr im siebten himmel schwebt und dann ist auf einmal so also ein völliger abbruch da dann würde ich empfehlen ja das zu überdenken und nicht zu glauben das ist die große versäumte chance also du siehst der sternenhimmel hält einiges bereit in diesem sonnenfinsternis horoskop neumond horoskop das wird uns jetzt tendenziell so die nächsten das nächste halbe jahr noch begleiten und ich freue mich natürlich darauf wenn dir das video gefällt dass mein daumen hoch da abonniere den kanal teile das video und wir sehen uns beim nächsten mal dein oliver jahreni tschüss